Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Eine UFC-Kämpferin bittet um Geld, damit sie weiter trainieren kann, damit sie in der UFC bleiben kann. Jake Paul und Trula haben prompt reagiert und einen dicken Batzen gespendet. Was genau es damit auf sich hat, gibt es in dieser Episode. Lasst aber vorab gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follow bei Spotify oder auch eine Bewertung bei iTunes. Sarah Elper ist seit 2019 in der UFC, war früher Bantamweight Champion bei der LFA und konnte ihren ersten Fight in der UFC jedoch nicht gewinnen. Sie hätte eigentlich dieses Jahr gegen die Schweizerin Stefanie Egger kämpfen sollen. Dieser Kampf ist aber aufgrund von Covid ausgefallen und nun hat Sarah Elper Probleme damit zu trainieren. Sie kann es sich nicht finanzieren. Bedeutet, sie kann es sich nicht leisten zum Training zu gehen, weil sie noch ihren Teilzeitjob bei Starbucks hat und nebenbei noch Jiu-Jitsu-Lehrerin ist. Und das Problem ist, dementsprechend hat sie keine Zeit für Training. Sie braucht also Geld, damit sie diese Jobs kündigen kann. Jake Paul hat daraufhin getweetet, dass er bei sowas nicht zusehen kann und er doch gerne UFC-Kämpfe unterstützt. Hat 5000 Dollar gespendet und Thriller, die haben die restlichen 25.000 Dollar vollgemacht. Spannend sind dabei jetzt einige Dinge. Zum einen, dass eine UFC-Kämpferin so eine GoFundMe-Page veröffentlicht und quasi öffentlich um Geld bittet, weil sie sagt, hey, das Gehalt der UFC reicht mir nicht aus. Ich muss nebenbei bei Starbucks arbeiten. Ich muss Unterrichtsstunden geben, Kampfsportunterricht geben. Ich brauche euer Geld. Jake Paul hat sich das natürlich, ja, für den kam das gelegen. Er stichelt ja immer sehr gerne gegen UFC-Boss Dana White. Deshalb hat er da auch gesagt, er zahlt das gerne. Und Sarah Alper, die war natürlich fasziniert. Sie hat gesagt, ich bin beeindruckt. Ich wusste gar nicht, dass Jake Paul weiß, dass ich existiere, hat sie gesagt. Und sie war komplett aus dem Häuschen. Ich bin sehr gespannt, wie die UFC reagieren wird. Fakt ist, Dana White wird das vermutlich gar nicht gefallen. Dass eine Kämpferin öffentlich quasi sagt, hey, ich bin zwar in der Champions League, aber ich werde nicht wie ein Champions League-Kämpfer bezahlt. Ich brauche euer Geld. Dass Dana sowas sieht, dass wir den richtig wütend machen, denke ich. Und ich kann mir vorstellen, dass es ihn auch wütend macht, dass hier Thriller und Jake Paul, von beiden hält er nichts. Dass beide hier dann diese 30.000 zusammen vollgemacht haben. Mal schauen. Hoffentlich wird das nicht ihre Karriere beeinflussen. Hoffentlich wird sie jetzt nicht rausgeschmissen von der UFC. Natürlich nicht deshalb, sondern wer weiß, wenn sie jetzt nochmal verliert, zwei Niederlagen. Ja, dann kann es natürlich sein, dass sie vielleicht rausgeworfen wird. Hätte natürlich keinen Zusammenhang damit. Oder, dass ihre Gagen gekürzt werden. Dass sie gar nicht in Frage kommen für ein Fight of the Night oder Performance of the Night. Ich hoffe nicht, dass das Ganze sie beeinflussen wird. Aber ganz so unrealistisch wäre das am Ende des Tages leider doch nicht. Und was meint ihr? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Folgt WeLoveMMA auf Instagram und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.